Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Na, über was reden wir? Hm Mhm Cans, maybe bottles, who knows? God How'd you find that? Doesn't take an expert to see it's Corp-owned You from the lost and found or something? Hey, if it isn't your biz, then don't go making it Stuff like that doesn't just get lost Won't find anything in there, except trouble It wasn't stolen, we found it Yeah, whatever you say Just know that whoever comes looking, won't be asking questions What are you waiting for? Give it to her Trust me, you won't get it open anyway We'll see about that, where'd you find it? I said, where? The-those dumpsters! Over there! For fuck's sake, Josh! Look, it wasn't us, alright? Conk was already cold, we swear Wait, really? And here I had you pegged for top tier mercs Now out of my way Fine! Take it! But like, chill the fuck out, okay? Okay? Tch! Kleine Pisse Heckenzuge verschaffen Okay BD Wir haben 4 Stück, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, okay, BD BD 5 5 5 5 5 5 5 1 C 1 C 1 C Noooo Hä? Nee Sorry Das Hä? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. BD55551C1C Hä? Ich muss ja hier eins falsch machen, damit ich erst richtig anfangen kann. Da habe ich vorhin was falsch gelesen. Wenn ich jetzt mit BD551C1C5E9555 Ich habe wahrscheinlich was falsch gelesen. Alle Demons hochgeladen. Tja, CETI, ich habe es geöffnet. Der gehört mir, der Koffer, nur, dass das klar ist. Genachrichten Benachrichten über Kontolöschung Night City Dating Liebe User, Sie haben gegen folgende Nutzungsbedingungen unserer digitalen Plattformen verstoßen. Wir lenden Präsenten von fotografischen Aufnahmen von Genitalien ohne vorherige Einwilligung des Empfängers der Empfängerin. Offenlegen private Informationen an der Userinnen und User. Doxing. Infolgedessen wird die Konto GoldenGuard215 permanent gesperrt. Andere Kunden, die mit dieser Adresse verbunden sind, wurden ebenfalls gesperrt. Anthea, Anthea, Tito, Tong, Six Star Man und Huge Money. Nie wieder. Scheiße, James, das war das letzte Mal. Jetzt die Kacke langsam dampfen. Sie bedächtigen mich. Deinen Namen kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Vor allem reden Sie mit Militech und das kann nichts Gutes heißen. Du kannst die Eddies erstmal behalten. Ich will nicht, dass das Ding im Moment in die Umlaufbahn kommt. Zu viel Aufmerksamkeit bei eingehenden Transaktionen. Antworten nicht auf diese Nachricht. Satia. Ja. Warren, Tankstelle 20.45 Uhr. Sei möglich. Vorladung zum Auswertungsverfahren Militech Personalabteilung gelöscht. Mitarbeiterin 453-2455. Bei einer Routineuntersuchung Ihrer Daten wurden besorgniserregende Unregelmässigkeiten festgestellt. Sie haben eine Stunde im Hauptquartier vorstellig zu werden und sich einem Auswertungsverfahren zu unterziehen. Was Sie dies nicht tun, werden Sie sofort aus unserer Partenpolizei entfernt und daraufhin unverzüglich gekündigt werden. Mit freundlichen Klüssen, Militech Personalabteilung. Parteienlaunch.exe. Wow, schau, was wir hier haben. Trianguliere die manuelle Vektorkoordinate und fülle die Start-Events für Gegenstand 645F5B aus. Okay, begib dich zum Absturzort. Interesting. Na, noch was zu sagen? Nichts. Gut, ich habe also nicht Brauch. Ihr könnt einen Koffer gerne für euch behalten. Ich gehe da hin. Ja, komm, nehmen wir das Auto. 1,8 Kilometer. Space Quality. Okay, wait, ist das der Richtige? Ja, jeder Penner in diese Stadt glaubt, dass er irgendwann den ganz großen von den Nimmkmal-Container macht. Und das dann sein Leben verändert. Ein Koffer voll Erdys. Ein Splitter mit Konzern-Kämnissen. Oder ein Brandneus im Platte. Dass er für Millionen verticken kann. Die Sache ist nur, dass Leute, die solche Sachen verlieren, sie auch wieder zurückhaben wollen. Und dabei über Leichen gehen. Tu den Armen scheinen einen Gefahr und nimm ihn den Koffer ab, bevor der eigentliche Besitzer auftaucht und ihn und ihnen ihren Finderlohn in Blei auszahlt. Kennt ihr euch? Das war's Funnyman intro. Das war's Funnyman intro. O Jetzt! O Jetzt! Oнить? O Der Bis zum nächsten Mal. Doot, 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 doot. Some mehr Chocla. Doot, 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 doot. So nass. Gleich sind wir da. Schade ist dieses Lied fertig. Da kam es gerade runter. Neutralisier die Gegner. Sind das schwere Schütze? Jetzt ist es in der falschen Reihenfolge. Ich würde zuerst mal ein Stealth besuchen, wenn es nicht klappt. Ich glaube, es ist schwierig, das Stealth zu machen. Mal schauen. Wir können es vorher erst besuchen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ach. Okay, in der Mitte sind zwei. Ne, einer. Der hier sollte auch machbar sein. Wenn du nicht zu hart bist wie ich. Töne gerade einfach im Lead-Tick Leute. Nur damit ihr das wisst. Ganz schnell nach hinten losgehen. 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 Vielleicht. Mal schauen. Okay, läuft gut läuft gut. Vielleicht haben wir es. Die könnten sich Irgendwann sehen vielleicht Oder auch nicht Wahnsinn Wieder eine Waffe Und dann bleibt nur noch er Sind das irgendwelche Konzerngeheimnisse die wir hier haben Aufklärungsspezialist Das war es auch nicht Ein nice one Haben wir schön gemacht Ohne Titel Nummer 18 Rancisi 2021 Ein extrem wertvolles Gemälde Das lange als verschuldet galt Was? Was ist das? Was ist das? Brancisi 2021 Untitelt Nummer 18 Oil on canvas Sheesh Pearls before swine So Of course man I'm forgetting him up Well well Who knew Johnny Silverhand's a lover of fine art Not me Not me One of my exes Screaming into a mic Yeah In my dreams All right Let's bail before head start rolling As for the painting You'll have buyers lining up in no time Hoffentlich Eine sondergeschlossene space RIT Mal schauen wenn wir das verkaufen können Johnny Und weg ist er Sind auch ziemlich gefährlich aus Mit diesen roten Augen Ich würde gerne so einen Militech Truck klauen Wenn das geht Darf ich das? Okay Darf ich Okay Interessante kleine Mission Fand ich Fand ich schön Mal was ganz anderes Und ja Dass ich jetzt geladen habe Okay Sorry Aber Eigentlich dachte ich Ich hätte es beim ersten Mal richtig gemacht Und ich würde das jetzt nicht auf mir sitzen lassen Denn es kam mir so froh Als ob ich es richtig gemacht hätte Das Palapas V I've got quite an unusual one for you I need you to deliver Trevor Brass's remains to the address attached The young life inside was snuffed out by a wraith's bullet Trevor's parents can't bury their son until he's back home You can help make that happen I have attached all the info you need Okay Okay Dakota Smith Auftragsort Söldner gesucht Travers Überreste finden Und sie seiner Familie überbringen Highway 101 Wenn Ali Kaldus gibt es ein Sprichwort Wer in den Herzen seiner Familie weiterlebt Wird niemals sterben Trevor Brass lebt vielleicht in Erinnerung weiter Aber wenn er öfter mal auf seinem Arsch sitzen geblieben wäre Anstatt sich mit den Wraith einzulassen Wäre er auch sonst noch im Leben Wie dem auch sei Gestern hat einer meiner Leute Trevor's Wagen in einem Lager der Wraith gesehen Das Auto hatte wesentlich mehr Löcher als früher Und die Wraith sind nicht gerade dafür bekannt Löwte gefangen zu nehmen Travers Familie gehört wie gesagt an Alde Kaldus Es geht ihnen nicht um die Rache Sie wollen einfach nur ihren Sohn beerdigen Finden Travers Überreste Damit seine Familie von ihm Abschied nehmen kann Klar machen wir Keine so einen Auftrag Das ist jetzt unser Monodraht Uh, okay Ja, ich würde einfach mal Mit der Versäuchung starten Überlastung inszenieren Überlastung Ein bisschen überhitzen Und dann mal schauen, was passiert Interessant Travers Rhyde Shot up pretty nicely Oh, Trevor, hey Uh, nice Okay, müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen leveln Das Teil Sonsten eigentlich ziemlich nice Alright, nach da oben Ne, warte, ist unten Was ist das? Ich glaube, das war es Dann, äh, lass mal sehen Was gibt's hier alles Schönes Vielleicht zum Looten erstmal Wenn es Sachen gibt zum Looten überhaupt Das ist nämlich ein ziemliches Drecksloch hier Das war auch eine Rape Zum Glück Ansonsten hätte ich da jemand Unschuldiges umgebracht So, jetzt aber Ich glaube, die waren ein bisschen nach Proben Sollte mal schauen, was ich eigentlich aufnehme Sonst weiß ich sie gar nicht Wenn ich irgendwas Neues Cooles bekommen hab Mich weiterbringt Das insinkt mich schnell Und auch einfach Perfekt Alles Alle drei Sachen So, dann noch hier unten schauen Okay, solche Wurfmesser Soll ich vielleicht auch mal ausprobieren Wie das so ist Zum Spielen Ich glaube, Wurfmesser könnten manchmal auch noch Kuh sein für so Stealth-Angriffe Oh Naja Hm Eisbad Ja, nichts Schönes Oscar Reyes Und Louis Cable Okay, wir können ja ihn aufheben Lea Camacho Machen wir gleich Dann wissen wir schon mal, wo er ist Dann wissen wir schon mal, wo er ist Muss man erst noch Eben wie gesagt Alles looten Muss man Muss man Klaus sein Schau Habe gehört Habe gehört, ihr sucht was aus dem abgeschützten A.V. dort bei der SICK-Grube Rein zufällig habe ich jetzt gefunden Interessiert Wer zur Hölle bist Trevor Von der neuen Klausus Und du wirst also was für uns haben Ich verkaufe es euch Wo ist da euer Lager? Ich bringe es lieber vorbei Warum gibst du was du gefunden hast Nicht deiner Familie Wenn du dich so um sie sorgst Weil ihr alle danach sucht Und wir wollen kein Ärger Aber Geld Siehe es als Finderlohn Hm Was ist Was ich da gefunden habe Ist ein echter Hauptgewinn Na gut Trevor von Alle Klaus Komm her und hol dir dein Gewinn ab Das Blieb gewaltig schief Für Trevor zumindest Neue Ware Du lichst es englisch hart ab Lager Quelle alle Kaldo junge Doppel dein Preis Über den Preis reden wir wenn ich vorbeikomme Oh shit Doof wenn ich mir selber einen Audio-Shock gebe Oh shit Oh shit Habe ich auch nur gemacht um ein bisschen XP zu sammeln Auch Wait was war hier grad für ein Hm Wo ist das? So ja wir Wir brauchen keine 6 Cent Um etwas Blut zu folgen So wir haben ihn ja schon gefunden So wir sind ja schon wo er ist Und das soll ich im Kofferraum hier kurz Nachschauen Geht gar nicht Ouch Ouch NOMADEN Kochbuch Sehr schön. Habt ihr wirklich unglaublich schön gewohnt. Muss ich schon sagen. Na gut. Dann bringen wir dich mal nach Hause. Trevor. Sorry, ich muss dich kurz hier lassen. Ich muss kurz schauen, wie ich aufs Dach komme. Geld ist mir wichtig. Weißt du. Scheiße, ich bin mir irgendwo von innen, schätze ich mal. Also doch. Ja. Ja. Das geht leider nicht mehr, aber doch. Sehr gut. Typen sahen doch gut aus. Naja. Legge Travels leicht in den Kofferraum. Da steht schon Auto für uns bereit. Heute ein bisschen eine längere Folge. Why not? Haben wir wenigstens ein paar gute Dinge gemacht? Ich bringe ihn in den Kofferraum. Ja. Ja. Time to go home. Trevors letzte Fall. V. Trevors Eltern können letztendlich ihren Kindern ein properes Burial geben. Danke. Danke. Wirklich. Kontrakt kaputt. 14.000. Wow. Ja, das hat sich gelohnt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Tschüss. Tschüss. Ich habe dich. In 2077, sie wählen meine Stadt das Schöchlein, das der Schöchlein der Schöchlein in Amerika zu leben. Die Hauptprobleme sind das Schöchlein, die die Schöchleiniger der Schöchleinigeren. Die Hauptprobleme sind das Schöchleiniger. Und mehr Menschen leben unter der Schöchleinigeren. And anywhere else. Thank you. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 2077. Samurai. We have a city to burn.